Und da kommt er, Klaus Tom Forde und dahinter der eben schon angesprochene Tim Melzer, der Koch zwischen den Pfosten. Und da ist Trulla Trulsen, ebenfalls ein St. Pauli-Held. Und da Peter Lohmeier, wir kennen ihn alle als Schauspieler, unter anderem vom Wunder von Bern, ein guter Kicker. Und wo ich gerade sage, guter Kicker, da kommt schon der Nächste um die Ecke. Sergej Barbares ist dabei. Riesenapplaus von der Tribüne für den HSV-Star und bosnischen Nationalspieler. Und da kommt Ken Duken, ebenfalls bekannt von vielen, vielen TV-Filmen. Bjarne Mädel ist der Nächste, der das Platz, das Platz, den Platz betritt. Ja, und da kommt Benni Adrion, ebenfalls Kicker des FC St. Pauli, früher und heute natürlich bekannt für seine Trinkwasseraktion. Viva con Agua de St. Pauli. Ja, und ein weiterer Ex-Bundesliga-Spieler, André Gohlke. Und damit ist das Pauli-Alster-Team komplett auf dem Platz, bis auf den Trainer, der dieses Jahr diese Truppe taktisch einstellen muss. Und das ist kein geringerer als der legendäre Peter Neurohrer. Und da kommt er.